Mitte Dezember teilte die europäische Weltraumorganisation ESA mit, dass der deutsche ESA-Astronaut Matthias Maurer für seine erste Mission zur internationalen Raumstation ISS ausgewählt wurde. Voraussichtlich im Herbst 2021 fliegt er für sechs Monate ins All. Seine Weltraummission steht unter dem Motto Cosmic Kiss. Für das Missionsabzeichen ließ Maurer sich von der mittlerweile weltbekannten Himmelsschreibe von Nebra inspirieren. Das Landesmuseum für Vorgeschichte in Halle nahm die Nachricht mit großer Freude auf. Landesarchäologe Harald Meller sieht in der Archäologie und Astronomie zwei Wissenschaften, in denen sich die Sehnsüchte und die großen Fragen der Menschheit bündeln. Woher kommen wir und wohin gehen wir? Die Himmelsscheibe von Nebra verbinde mit ihrem Blick in den Kosmos der Bronzezeit beides auf einzigartige Weise, so Meller. Er gratuliert dem Astronauten Maurer sehr herzlich zu seiner Berufung und wünscht ihm schon jetzt viel Erfolg für seine Mission.